moin moin leute und herzlich willkommen zum live stream aufzeichnung ja zur ersten folge von trolley gaben wir einfach delivery service genau ist in der beta kommt sie nicht raus in der beta könnte es bis jetzt noch kostenlos spielen genau wo man loslegen von möchte es denn hier zum chaos das ist ja easy ich werde den bus gehen wir zur nächsten delivery station und geht's da oben hin ach zum hubschrauber landerplatz ist das ding wieder weg hat mich allein gelassen hier oben kann man vorunterspringen we Konnten wir die Karte mal weiter Genau, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da Delivery Auto Aber wer jetzt nicht weiß, ich arbeite bei der Post, ne? Sollte aber jeder wissen inzwischen Der so meinen Kanal regelmäßig schaut, erfährt ihn ja einfach, okay Will mal wieder zurück hier Kommt der etwa nicht hoch? Meine Güte Ich seh nix Jetzt bin ich da abgerutscht Aber ich seh da nen Kasten, guck mal Oh, das ist ne Bushaustelle, das ist ne Bushaustelle Hm Was macht man hier? Ui Den will ich aber gar nicht Mach mal auch gerne Umschmeißen Mod Im Berg Sos Im 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 Oh Jo! Es ist drauf! Nein! Oh! Außer Gefecht gesetzt. Oh! Oh! Das war's für heute. Huh? Ha! Huh? 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 Gleich geschafft! Hänge fest! Hilfe! Häng fest. ah bin befreit prima um sie morgen morgen gibt es ja eine runde um sie morgen ab 18 uhr einschalten dann gibt es nur um sie heute abend nicht mehr spielen das jetzt noch eine halbe stunde und dann was das heute ist ja auch schon spät gabelstabler aber ich muss nur dahin wollte kein gabelstabler für ich hänge schon wieder fest mit deinem ernst oh 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 Hm, befreit. Waaahhh! Ich bin jetzt gleich außer Gefecht gesetzt. Wo bin ich denn hier gelandet? 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 So wollen wir unsere Aufgabe zu Ende machen. Wo bin ich denn hier? Ich bin schon mal auf dem Fahrzeug drauf. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier gelandet? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oop! 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 Ich kann mal runterrutschen! Cool! Oop! mit ihr Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Komm, wir fahren mal mit einem Heißhofballon hier. Komm, wir fahren mal mit einem Heißhofballon hier. Komm, wir fahren mal mit einem Heißhofballon hier. Oh, 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 oh. Ah, ich bin rausgefallen. Hilfe. Bin ich unsterblich? Bin unsterblich. Ui, ich bin wieder explodiert. Da ist ein Boot. Da ist ein Boot. Puh! 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 Ach Mist... Existiert das Boot noch? Er fahrt doch da mit drin. Den Spass muss man auch haben hier. Oh! 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 Das war's für heute. 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 So, dann gucken wir hier nochmal rein. Und dann war's das für heute. Das war's für heute. Das ist ein Boot. Ja, wo war hier ein Boot? Das war's für heute. Nein! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen. Das war's für heute.